Ich mache eine romantische Badewanne für Vanessa und Ina. Das haben sie einfach sowas von verdient. Und ich habe mir überlegt, die Badewanne lila, also das Wasser lila, einzufärben. Dann bekommen sie auch noch hier extra so ein Zeug, damit Badeschaum entsteht, dass es einfach viel gemütlicher ist. Dann habe ich hier noch Duftkerzen genommen, die riechen nach Waldbeere und zwei Herzchen, die man mit in die Badewanne nehmen kann. Dann habe ich hier noch so Liebeskugeln gemacht, die lösen sich im Bad auf. Und natürlich dürfen halt Rosen auch nicht fehlen. Ich finde lila Rosen einfach so schön. Generell, die Farbe lila ist wunderschön. Habe weitere Rosen gekauft und die Blütenblätter in das Bad gemacht. Die restlichen Köpfe habe ich dann auf die Badewanne gelegt, damit das Ganze noch romantischer aussieht. Habe dann angefangen, die Kerzen anzuzünden und einen Wagen dahin zu stellen. Die bekommen natürlich auch hier kleine Snacks, Erdbeeren und Kekse und ein bisschen Cola. Dann habe ich die beiden auch schon geholt. Die sollten sich nämlich überraschen. Und glaubt mir, die haben sich so gefreut. Ich lasse sie jetzt alleine und im nächsten Video haben wir eine Überraschung für euch.